Peru News heute alles, was Sie über Peru wissen müssen. Vorstellung des Videoclips, Mas Mas, von Milena Warton. Es zeigt eine audiovisuelle Odyssee, die ein Andieners Herz und ein kosmisches Geheimnis miteinander verbindet. Die Pionierin des Andien Pop, Milena Warton, schließt ein grundlegendes Kapitel ihrer musikalischen Karriere mit einem glanzvollen Höhepunkt ab, der Veröffentlichung des Videoclips zu ihrem Song Mas Aya. Auf dieser epischen audiovisuellen Reise verschiebt der peruanische Künstler nicht nur die Grenzen der traditionellen peruanischen Kunst, sondern spinnt auch eine kraftvolle Geschichte über die Dualität der menschlichen Existenz, die Weisheit der Vorfahren und die Kraft der Natur. Mit einer Ästhetik, die eine mystische und subtile Welt heraufbeschwört, präsentiert der von Regisseur und Animationsregisseur Gabriel Bonilla inszenierte Videoclip Milena in zwei kontrastierenden Facetten. Milena 1, gekleidet in die leuchtenden Farben der Morgendämmerung der Anden, ein rotes Herz, das voller Versprechen schlägt Glück und Licht, und Milena 2, eingehüllt in die Feierlichkeit der Nacht, mit einem blauen Herzen, das mit der Ruhe und Tiefe des unergründlichen Himmels strahlt. Der Videoclip zu Mas Aya ist eine magische Geschichte. Ebenso erscheint Amaru, eine Inka-Gottheit mit der Weisheit von Wasser und Regen, als geflügelte Schlange von Pracht und kosmischer Schönheit. Dieser himmlische Wächter symbolisiert die Verbindung zwischen Himmel und Erde und führt die Tausenden zu Pachamama, der Mutterfigur schlechthin und Seele der Fruchtbarkeit und des Lebens. Die imposante Präsenz der Pachamama im Videoclip, mit einem Gewand, das die Farben der Morgen- und Abenddämmerung einfängt, und ihrem Haar, das mit der Flora der Erde verwoben ist, ist eine visuelle Verkündigung zeitloser Weisheit und Liebe. In einem Akt reiner Magie empfängt die Pachamama die beiden Milenas auf einem Gipfel, wo der Himmel die Erde berührt, und vereint ihre Herzen in einem neu belebten Schlag, der wie der Puls der Welt selbst mitschwingt. Die Szene gipfelt darin, dass sich Amaru in einen Sternenregen verwandelt, der ihre Vereinigung besiegelt und symbolisiert, dass die Herzen der Milenas und von uns allen die Summe aller Herzschläge des Lebens sind. Die Premiere von Beyond hat sich zu einem Ereignis mit globaler Reichweite entwickelt, das die Aufmerksamkeit des Publikums in ganz Südamerika auf sich zieht und sich als Trend auf YouTube positioniert. Milene Warton beweist einmal mehr ihren Mut, indem sie neue künstlerische Grenzen erkundet, den kulturellen Reichtum Perus in die Welt bringt und eine universelle Botschaft durch die Sprache des Andenpop übermittelt. Die öffentliche Resonanz war überwältigend, tausende von Fans verliebten sich in die einzigartige Kombination aus Musik, Mythologie und Visuals, die Milena Warton geschaffen hat. Beyond ist mehr als ein Videoclip, es ist ein Zeugnis des menschlichen Geistes, ein Liebesbrief an die Erde und eine Erinnerung daran, dass es immer etwas darüber hinaus zu entdecken gibt. Dieser beeindruckende Videoclip ist seit dem 13. April auf dem YouTube-Kanal von Milena Warton verfügbar. Und wir laden Sie ein, in diese visuelle und spirituelle Odyssee einzutauchen. Was hat Milena zu ihrem Videoclip gesagt? Nach der Ankündigung der weltweiten Veröffentlichung des Videoclips zum Lied Masaya teilte die peruanische Singer-Songwriterin ihre Begeisterung über soziale Netzwerke und versicherte, dass diese neue audiovisuelle Produktion viel Gesprächsstoff geben wird. Ich bin sicher, dass dieses Video einen Präzedenzfall in unserer wachsenden Branche schaffen wird, sagte Milena und erinnerte sich dann an ihre Anfänge, ich dachte daran, dass wir mit meinem Vater in meinem Wohnzimmer angefangen haben, YouTube-Videos zu machen. Die Gewinnerin der Silbernen Möwe beim Festival Wiener Del Mar 2023 nutzte den Moment, um ihren Followern für die Unterstützung zu danken. Danke, dass du Teil meiner Träume bist. Ohne dich wäre das alles nicht möglich, du bist meine treibende Kraft und mein Motiv. Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar und abonnieren Sie uns, um weiter zu wachsen und uns in unseren sozialen Netzwerken, Facebook, YouTube, Instagram und TikTok zu folgen. Peru News Today Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram